Hollywood-Reife-Szenen haben sich am vergangenen Mittwoch in Wien abgespielt. Ein Österreicher, 33 Jahre alt, hat sich mit teils jüngeren Männern im Alter zwischen 17 und 19 Jahren zu einem Drogendeal getroffen. Allerdings kam es zu einem Streit. Die ganze Situation ist eskaliert. Das Opfer, der 33-jährige Österreicher, ist daraufhin im Zuge dieses Streits von seiner eigenen Pistole angeschossen worden, die ihm zuvor in einem Handgemenge entrissen worden ist. Der Täter, der ist in der Zwischenzeit sogar ausgeforscht worden. Er wurde genauso wie das Opfer verhaftet. Das Ganze hat sich im 15. Bezirk in Rudolfsheim 5 Haus in der Hackengasse abgespielt. Der Wiener ist verletzt, ins Krankenhaus gebracht worden. Hintergrund dürfte eben ein Streit im Suchtgiftmilieu gewesen sein. An der Örtlichkeit hat laut Angaben der Polizei eben ein Treffen stattgefunden, zum Zweck eines Ankaufs bzw. Verkaufs von Drogen. Die Exekutive konnte jetzt ihm bekannt geben, dass der Angeschossene vom Projektil der eigenen Waffe angeschossen worden ist. Dank intensiver Ermittlungen der LKA konnte der 17-Jährige, also der Täter, ausgeforscht werden und an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ist er in eine Justizanstalt überstellt worden. Vergangenen Mittwoch ist es zu einem missglückten Drogendeal gekommen, bei dem ein Mann angeschossen worden ist, ein 33-jähriger österreichischer Staatsbürger. Im Zuge von Ermittlungen ist es nun gelungen, einen Tatverdächtigen im Alter von 17 Jahren auszuforschen und an seiner Wohnadresse in Wien-Liesing festzunehmen. Was ist eigentlich über den Täter bekannt? War er vorher schon Polizei bekannt? Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 17-jährigen österreichischen Staatsbürger. Er dürfte hier bei dem Drogendeal als Verkäufer oder zumindest in der Gruppe der Verkäufer agiert haben, dürfte im Zuge eines Raufhandels, eines Handgemenges die Schusswaffe des späteren Opfers an sich genommen haben und Schüsse auf den 33-Jährigen abgegeben haben.